Heute gucken wir uns das wohl größte Adobe XD Update an. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Heute geht es mal ein bisschen mehr in die Richtung Design und zwar geht es heute wieder um Adobe XD. Und zwar hat Adobe XD vor einiger Zeit das wohl geilste Update seit langem rausgebracht und wir werden uns die drei mächtigsten Funktionen angucken, nämlich einmal kollaboratives Arbeiten. Wir werden uns angucken, was das alles mit diesem Versionierungstool auf sich hat und vor allem werden wir uns Dates angucken. Diese Funktion, vor allem die letzte, ermöglicht es endlich, so etwas wie einen Hauber-Effekt in einem Design zu implementieren. Das Ganze ist der Hammer. Wir werden gleich sehen, warum. Wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt und eine Videobeschreibung ganz oben wie immer Discord, join in der Community, stellt eure Fragen, helft anderen oder ansonsten, ja, legen wir direkt los und gucken uns mal an, was Adobe XD alles so zu bieten hat. Und los geht's! So, los geht's mit dem eigentlichen Tutorial. Wie immer ein paar Informationen zu Beginn. Einmal die Adobe XD-Datei, die ihr seht, ist unten auf Patron verlinkt. Dort kann sich jeder Patron im Prinzip die runterladen, wer möchte. Ansonsten ist da aber nicht viel drin. Was heißt, wir haben hier unsere kleinen vier Screens, die ich erstellt habe. Die sind ein bisschen animiert. Was heißt, ich kann hier so ein bisschen rüber durch die Gegend navigieren. Ich kann beispielsweise, hier oben seht ihr schon, ist dieser Hauber-Effekt, den wir uns heute noch angucken, verlinkt. Auch hier unten bei dem Button. Was heißt, man hat einfach so ein bisschen netteres Mockup sozusagen, als ein Viereck durch die Gegend zu schieben. Aber davon genug. Jetzt als erstes gucken wir uns mal das in Klammern uninteressanteste Feature an, was aber sehr praktisch ist. Ja, wie schon gesagt, dieses erste Feature ist ganz nett. Es ist ein Feature, das vor allem im professionellen Umfeld sehr viel Tragweite hat, sage ich mal. Und zwar die Versionierung. Was heißt, hier oben habt ihr ja eure Benennung von Adobe XD, wo ihr hier seht, diese kleine Wolke. Das bedeutet, es liegt in meiner Adobe Cloud. Und wenn ich hier auf diesen Pfeil drücke, dann seht ihr, es öffnet sich ein neues Fenster, was vorher noch nicht da war. Und das sind Versionen sozusagen. Ich habe hier schon eine markiert, das mache ich mir eben rückgängig. Ihr seht hier einmal markierte Version, das ist gerade leer. Ihr seht hier heute, weil ich nur heute an diesem Dokument gearbeitet habe. Wenn man über mehrere Tage oder Wochen arbeitet, dann sieht man hier auch andere Gruppierungen. Und hier unten steht noch ein bisschen was, nämlich, dass Versionen nach 30 Tagen verfallen, wenn sie nicht markiert sind. Was heißt, aktuell kann ich Versionen mit einem kleinen Druck markieren. In dem Moment tauchen die dann hier oben auf. Ich kann einen Doppelklick reinmachen, die umbenennen, zum Beispiel Release 3.4.1.2 oder so. Keine Ahnung, irgendeinen Release halt. Und das ist sehr praktisch für vor allem Design Systems. In der Vergangenheit habe ich das hier schon einmal vorgestellt, dass man heutzutage eigentlich mehrheitlich in sogenannten Design Systems arbeitet und nicht mehr explizit jede Seite durchgestaltet. Da man so einfach ein bisschen freier in der Gestaltung ist und vor allem große Applikationen wirklich effektiv designen kann, was sonst gar nicht möglich wäre, glaube ich. Grundsätzlich kann man halt so markierte Versionen hinterlegen. Ich kann zu diesen Versionen aktuell leider noch nicht zurückkehren. Das ist eine Funktion, die ich mir für die Zukunft wirklich wünschen würde, dass ich einfach wie bei Git hier draufdrücken kann und sage zur Version zurückkehren. Allerdings kann ich hier beispielsweise das Ganze in einem neuen Fenster öffnen und habe dann alles, woran ich schon mal gearbeitet habe, kann beispielsweise von dort das Datei überspeichern, kann aber auch einfach mir die Elemente, die ich verändert habe, die ich wieder rückgängig haben möchte, einfach rauskopieren. Was heißt, nichts ist weg, wenn ihr es verändert, was heißt, ihr erstellt mit jedem Speichern automatisch eine neue Version oder in dem Moment seht ihr hier schon, dass relativ in allen 15 Minuten das automatisch gespeichert wird. Die Vorteile eines solchen Modis sind ja ziemlich offensichtlich. Bei allem, wenn ihr im Team arbeitet, könnt ihr beispielsweise euch an Jira-Stories halten, was heißt, ihr könnt auf bestimmte Punkte verlinken, ihr könnt bestimmte Releases festhalten. Auch so etwas wie beispielsweise die Übermittlung einer Kunden und das anschließende Einbinden des Kundenfeedbacks kann als verschiedene Versionierung markierte Versionen festgehalten werden, sodass man einfach so ein bisschen mehr Übersicht über seine Dateien hat. Und wie gesagt, das ist ziemlich praktisch. So, für das nächste Feature müssen wir etwas in die Trickkiste greifen und zwar habe ich gerade vor mir neben meinem normalen PC-Monitor, den ihr gerade seht, auch mein Laptop stehen. Und ich brauche zwei Geräte, weil ich euch jetzt das sogenannte Co-Editing zeigen möchte. Das ist aktuell noch in der Beta, also es hat auch hier und da noch ein paar Macken, vor allem, wenn man mit mehreren Nutzern hinzugeht. Und zwar hat man hier oben jetzt ein neues Feature, was heißt, hier oben seht ihr schon, dass hier ein orange umkreistes Profilbild von mir ist. Das ist im Prinzip mein Laptop. Ich bin gerade mit meinem selben Account zweimal online. Wenn ich hier auf dieses kleine Icon drücke, dann öffnet sich auch dieses Fenster, wo ihr einfach eine URL eines anderen Adobe Accounts eingeben könnt und jemanden zum Bearbeiten hinzufügt. Ihr seht jetzt gerade hier auch schon alle, die aufgelichtet sind und hier unten habe ich Co-Editing aktiviert. Wie gesagt, es befindet sich gerade noch in der Beta. Was heißt, ihr müsst es manuell aktivieren. Und was bedeutet das jetzt? Ich kann in Echtzeit mit anderen Gestaltern an meinem Projekt arbeiten. Wenn ich beispielsweise diese Seite hier markiere, seht ihr, sie wird blau umrandet. Wenn ich jetzt auf meinen Laptop gehe und dort die Seite markiere, seht ihr, es wird orange umrandet. Was heißt, ich kann jetzt hier diese Seite bewegen und wenn ich jetzt mit meiner anderen Hand auf meinem Laptop, kann ich diese Seite anders bewegen. Was heißt, ich kann in Echtzeit ohne jeglichen Zeitverlust quasi an ein und derselben Datei mit mehreren Leuten arbeiten und sehe praktisch immer, was der andere gerade macht. Beispielsweise, ich kann jetzt hier reinklicken mit meinem Laptop und dieses Fenster bewegen. Ihr seht, das Element, was ich gerade bearbeite, ist orange markiert und in dem Moment kann ich es mit meinem Editor hier auch nicht anfassen. Was heißt, das Element, was hier drin ist, ist im Prinzip für mich gesperrt und ich kann es nicht benutzen, außer halt mit meinem anderen Laptop. Da kann ich es halt wunderbar machen. Grundsätzlich, dieses Feature bietet offensichtlich eine Menge Vorteile, vor allem, wenn ihr in einem Team arbeitet, aus mehreren Gestaltern, mehreren Konzeptern. So könnt ihr beispielsweise ziemlich effektiv an ein und derselben großen Version arbeiten, ohne euch gegenseitig zu stören, ohne die ganze Zeit zu überspeichern und all diese Problematiken. Und ihr könnt direkt sehen, was der andere macht und könnt gegebenenfalls direkt on the fly Feedback geben, so hey, wollen wir das nicht ein bisschen anders machen oder so, weil ihr es praktisch in Echtzeit seht. Es ist einfach extrem praktisch. Ich liebe dieses Feature, vor allem, wenn man im Team arbeitet und ich hoffe, dass das auch noch deutlich mehr ausgebaut wird und relativ schnell aus der Beta rausgeht in die wirkliche Production. Und das wäre wirklich, oder das finde ich, ist eines der besten Features von der OVXD seit langem. So, das wohl coolste Feature seit langem ist der sogenannte Hover-Zustand und zwar werden wir jetzt zwei bauen. Nämlich einmal diesen Button, der hier unten vorhin schon zu sehen war, den ich gerade rausgelöscht habe und hier ganz normale Zustände. Was heißt, dieses Feature ist nicht nur ein Hover-Effekt, sondern ihr könnt jeder Komponente unendlich viele Zustände zuweisen. Dies ermöglichen zum Beispiel bestimmte Elemente in bestimmten Design-Zusammenhängen verschieden darzustellen. Beispielsweise ein Listenpunkt ist angeklickt oder nicht angeklickt. Ein Toggle-Switch ist beispielsweise aktiv oder nicht aktiv. Solche Zustände könnt ihr dann in einer Komponente definieren, braucht dafür nicht zwei oder mehrere und könnt so eure Design-System, eure Versionen im Prinzip besser gestalten. Grundsätzlich, wie funktioniert so ein Hover-Effekt? Ich zoome hier einfach mal ein bisschen ran, sodass wir das hier unten ein bisschen deutlicher sehen und mache mir jetzt hier einfach mal mit diesem Rechteck-Werkzeug hier oben ein Rechteck. Das ziehe ich mir jetzt einfach mal relativ groß hier hin, mache das wie gerade auch so ein bisschen abgerundet, lösche hier unten den Rahmen raus, weil ich finde, Rahmen sind echt hässlich und ich verstehe bis heute nicht, warum Adobe die immer hinzufügt. Und mache das ein bisschen kleiner, so sieht das ganz gut aus und jetzt füge ich hier einfach Text ein, zum Beispiel Read More. So, das sieht man natürlich hier unten jetzt relativ schlecht, das lösche ich mal eben raus. So, markiere jetzt den Text und den Button, kann das dann hier oben einfach direkt in die Mitte zentrieren und habe jetzt hier Read More. So, das können wir jetzt noch ein bisschen schöner gestalten, was heißt, wir sagen, es ist nicht Regular, sondern wir sagen, es ist Condensed Bold. Wir sagen, das ist alles groß geschrieben. Wir können hier auch noch so ein bisschen Abstand zwischen die Buchstaben bringen und das ist jetzt zentriert. So sieht das schon mal ziemlich gut aus. Wir markieren das jetzt beides mit Steuerung K, können wir das in eine Komponente verwandeln, sodass dieser grüne Rahmen hier umzu angezeigt wird. Und in dem Moment kann ich das bearbeiten. Hier oben sehe ich nämlich schon Zustände, was heißt, ich habe jetzt hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und wenn ich hier auf das Plus drücke, kann ich jetzt etwas machen, zum Beispiel einen Hover-Zustand hinzufügen. Wichtig ist, wir wollen eine Animation, also wir wollen zwischen den Zuständen in unserem Button dieses Auto-Animate, was ja in Adobe Extension seit einer Zeit kann. Und dafür müssen wir jetzt etwas anderes machen und zwar ziehen, zoomen wir jetzt mal ein bisschen ran und ziehen uns hier unten mal so einen kleinen Kasten, löschen auch hier wieder den Rahmen raus, machen das ganze Ding schwarz, wählen uns unseren Kasten hier aus, zoomen noch ein bisschen weiter ran, machen den rund und fügen den jetzt einfach hier unten ein, der ist noch ein bisschen groß, das heißt, wir müssen den ein bisschen kleiner machen, so. Und das erste, was wir jetzt machen, wir kopieren uns den mit Steuerung C und Steuerung V, haben jetzt hier im Prinzip einen, Steuerung C, Steuerung V haben den zweimal, markieren uns diese beiden Balken, also den oberen und den unteren, halten dabei Steuerung gedrückt, so können wir die beide markieren, dann können wir die ein bisschen kleiner ziehen, markieren die, halten Umschall, Shift und Alt gedrückt und können die dann so in 15% Schritten drehen. Dasselbe machen wir auch mit dem hier unten, sodass das wunderbar funktioniert, schieben die dann aufeinander, sodass das so ein Pfeil ergibt und das wird später unser Zustand, den wir anzeigen lassen wollen. Wir wollen aber animieren, dass unser Pfeil aufgeht. Dafür müssen wir jetzt das Ganze hier nochmal ein bisschen rückgängig machen und diese beiden Pfeile hier, diese kleinen, hier wieder einfach so drauflegen. Was heißt, wir haben hier jetzt drei Elemente. Wenn ich hier unsere Ebene aufmache, sehen wir auch, wir haben hier drei verschiedene Elemente, die kopiere ich mir jetzt mit Steuerung X einmal raus, schließe unsere Ebene über sich, gehe in unsere Komponente rein mit Doppelklick, das seht ihr daran, dass es hier blau geworden ist, drücke Steuerung V und jetzt ist unsere drei Balken, sind jetzt Teil unserer Komponente und jetzt können wir sie nämlich animieren. Wenn wir hier nämlich rausgehen, sehen wir jetzt, Read More ist gerade zentriert und diese Balken sind nicht so richtig zentriert. Wenn wir jetzt beides hier in der Mitte markieren, mit Steuerung G eine Gruppe erstellen, dann können wir jetzt hier unsere drei Pfeile nochmal auswählen. Das heißt, wir haben hier unsere Gruppe aus den drei Pfeilen, die wählen wir jetzt aus und sagen, die sind Deckkraft 0, also die sind nicht zu sehen, die können wir uns gerade nicht anzeigen lassen. Das hier ist unser Standardzustand. Wenn ich jetzt hier auf das Plus drücke, erstellen wir uns jetzt einen Hover-Zustand und den können wir umbenennen, aber ich lasse den jetzt so. Und sagen, okay, diese Fläche hier in der Mitte, die wollen wir jetzt mit unserer Hintergrundfläche zentrieren, sodass die wirklich in der Mitte sind. Und hier unsere Balken, die wir gerade erstellt haben, sollen jetzt sichtbar werden. So, jetzt haben wir hier unsere drei Balken. Ich öffne jetzt hier unsere Ebenenübersicht noch einmal und wähle hier in unserer Gruppe das erste Rechteck aus, wie wir es gerade auch schon gemacht haben. Wir drehen das so ein bisschen, markieren es hier in die Mitte, das machen wir genauso, zack, und schieben das hier unten hin, zack. Und jetzt haben wir unseren Hover-Zustand erstellt und könnten jetzt beispielsweise hier in unserer Übersicht den nutzen. Aber ihr seht, wenn ich hier drüber gehe, passiert hier noch nichts. Das liegt daran, dass wir dann in unserer Standardübersicht auch Standardzustand ausgewählt haben müssen. Und wenn ich jetzt hier drüber gehe, seht ihr, es wird wunderbar mit Auto-Animate so animiert. Also es ist ein wunderbar kleiner Effekt, der vor allem so kleine Previews für den Kunden oder auch für den Entwickler, der das später umsetzen will, sehr viel leichter macht. Das heißt, so könnt ihr sehr einfach so kleine Hover-Effekte animieren und eurer Applikation, eurer Design einfach nochmal einen richtigen Kick geben. Das nächste, was wir haben, ist hier oben unsere Komponente. Das ist hier jeweils eine einzelne Komponente. Das hat so Checkboxen hier oben. Das heißt, hier oben ist so eine Checkbox. Hier haben wir jetzt einen Standardzustand. Beispielsweise drücke ich jetzt OK, möchte einen neuen Status. Und wir sagen jetzt hier einfach Checked. Das heißt, wenn das Ganze Checked ist, dann soll das ein bisschen anders aussehen. Und zwar habe ich hier schon so einen kleinen Button drin. Der hat eine Deckkraft von 0, den mache ich jetzt einfach mal auf 100%. Und jetzt ist das hier Checked. Was heißt, wenn ich jetzt beispielsweise die Komponente hier neben auswähle, kann ich auch einfach sagen, die ist Checked oder die hat den Standardzustand. Oder ich kann einfach sagen, OK, die ist jetzt Checked und die hat keinen Standardzustand. Und das Ganze wirkt so richtig gut, wenn man beispielsweise dann hier auf diese Seite geht, diese Seite hier drüben einmal kopiert, beispielsweise und sagt, OK, wenn ich hier drauf drücke, in unserem Prototyp. Ich klicke jetzt in unserem Prototyp und sage, das soll dann hierhin verlinken. Und auf dieser Übergangsseite will ich im Prinzip, dass diese Ansicht soll Checked sein. Das heißt, ich kann jetzt in unserem Prototyp dafür sorgen, OK, jetzt ist hier das Checked. Ich kann hier beispielsweise rüber zoomen, kann hier drauf drücken und in dem Moment ist das Ganze hier oben Checked. Und ich sollte hier vielleicht noch kurz in unserem Prototyp das rausnehmen. Das heißt, ich klicke hier drauf und sage hier, Übergang ist nicht nach links hinein bewegen, sondern einfach ohne. Und wenn ich jetzt hier drin bin und hier drauf drücke, dann wird das einfach angecheckt und funktioniert wunderbar. Das heißt, so könnt ihr verschiedene Zustände eurer Karte abspeichern und könnt einfach verschiedene Speichermodi sozusagen hinterlegen. Das einzige Problem ist, ihr seht jetzt hier gerade schon, was passiert ist teilweise, dass die Bilder, die ich hier drin hatte, auch überspeichert wurden. Das heißt, alles, was dann in der Komponente ist, wird auf dem Zustand abgespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke und den Checked Zustand aktiviere, also den Standardzustand oder den Checked Zustand aktiviere, dann wird das überspeichert. Und da muss man ein bisschen darauf achten, dass man das vielleicht nicht macht. Allerdings merkt ihr wahrscheinlich gerade schon selbst, welche ganzen Verwendungsmöglichkeiten es für diese Zustandseinbindungen gibt. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, das in jedes Projekt zu implementieren. Es macht euer Leben deutlich einfacher. So, das war es schon wieder wieder für dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Und ansonsten, ja, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unter Videobeschreibung, Discord, Twitter, Instagram und so weiter. Ansonsten, ja, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr in der Videobeschreibung auch Amazon Affiliate bzw. Patron. Dort könnt ihr diesen Channel supporten. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß. 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 Untertitelung. BR 2018